Ja, guten Morgen, falls ihr das Event gestern verpasst habt. Ich habe euch jetzt schon die 6,5 Stunden von gestern hochgeladen. Das heißt, ihr könnt gerne noch nachschauen, wenn ihr vor heute Abend 17.30 Uhr etwas genauer Bescheid wissen wollt, was los ist. Und gestern es leider nicht geschafft habt, aber heute dabei sein wollt. Dann schaut doch mal rein auf Pete's Meet Live, läuft das Ganze oder einfach hier unten klicken und dann werde ich mich heute Abend wieder in Schale werfen natürlich. Und mein Bestes geben dafür, dass Frankreich die Nummer 1 auf der Welt wird. Also wirklich sehr, sehr coole Leute mit dabei. Wir hatten richtig, richtig coole Diplomatieaktionen und ja, vor allem das RP, muss ich sagen, ganz stabil. Hätte ich nicht gedacht, macht übelst viel Lauf. Meister Kaio. Meister Kaio. Hat er sich im Auto versteckt? Supi. Papa. Papa. Und Papa ganz böse versteckt, ne?